Wir können doch mal Zungenbrecher machen. Das hat doch was mit Sprachrhythmus zu tun. Boah, Zungenbrecher? Mach ich ganz locker. Bin ich der Meister. Ich bin der Meister der Zungenbrecher. Ehrlich, Joscha. Na dann wollen wir mal. In stickigen Stuben, Pupst, Ruben, in Tuben, in Tuben, Pupst, Ruben, in stickigen Stuben. In stickigen Puben, in stickigen Ruben, Pups, in, äh, in, Moment, in stickigen Puben, Rubst, Tuben, in Stuben. Nee.